moin leute hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten teil unserer karriere mit unserem eispiraten grimmitschau heute gegen die starbolts rosenheim wer das letzte video nicht geguckt hat schaut es euch unbedingt an da haben wir unseren ersten sieg gefeuert gegen die kassel huskies war ein schönes spannendes spiel es war alles mit dabei es waren schöne checks mit dabei es waren schöne toren mit dabei es waren brügeleien mit dabei es war einfach alles mit dabei alles was man sich wünschen kann ja oder alles was zu so einen lustigen aufregenden eishockey spiel dazu gehört ja sonst hat sich ja eigentlich im kader nichts verändert bredo wie im letzten teil schon wieder im bremer hafen und ja felix thomas dafür wieder drin man hat ja gesehen das lief eigentlich gegen kassel recht gut wenn man konnte sich nicht beschweren es war einfach extrem nice da haben erst meine gegner auf unsere ersatzbank gecheckt aber dafür jetzt geklärt machen aber immer mehr druck der gegner jetzt kommt muss mal probieren mit kaninen ich habe mir jetzt überlegt falls ich es hinkriege da fällt das 1 0 hayden fairweg mit den 1 zu 0 für die eispiraten krimmets show ich habe mir überlegt ob ich nicht einfach wenn ich es hinkriege zweimal in der woche ein video hochladen besetzt ja einmal in der woche jeden samstag würde ich mich mega freuen wenn ihr da mit dabei seid jeden samstag zwölf uhr kommt das neue video wäre extrem nice ja wenn ich es hinkriege kommen auch alle weil alle jede woche zwei videos war so ja wenn euch das gefällt es muss ja nicht unbedingt die eishockey kann karriere sein mit unseren eispiraten aber man kann ja auch eine spielerkarriere anfangen oder 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 und da fällt das 1 zu 1 ui wird das heute wieder so ein schönes spannendes spielweg gegen kassel wir hoffen es mal nicht bis jetzt ich will nichts beschreiben war eigentlich ein extrem ui gespielt das heißt es gab keine strafen aber wir kennen es ja wenn wir sowas beschreiben haben wir immer strafen gekriegt deswegen und nicht nur niedrige strafen wir hatten ja dann auch spieldauer oder oder da kommt scotty scott faser wieder so wie das erste tor scott faser mit den 2 zu 1 jetzt ja wo waren wir stehen geblieben ja wir können ja auch die karriere machen aber da waren wir nicht stehen geblieben wir waren bei den strafen stehen geblieben die strafen wir haben es immer beschrieben es gab immer irgendeine blöde strafe bis jetzt sieht es ja gut aus weil wir kennen uns ja wir sind in unterzahlen nicht so die beste mannschaft schade das gibt jetzt wirklich eising wir sind in unterzahlen nicht so die beste mannschaft da liegt uns eher powerplay wie wir gegen kassel gesehen haben da kann man eigentlich nichts dagegen sagen es lief einfach perfekt und das wollen wir einfach in dieser dieser runde welt kann sagen in diesem spiel genauso umsetzen genauso spielen wie gegen kassel vielleicht das eine oder andere tor weniger kassieren aber wir gucken einfach mal wie wir uns schlagen tobias lindberg uh schade jetzt muss man aufpassen wir wollen es nicht beschreiben mit den strafen und ui da war der pfosten im weg man hat es gehört aber wir verteidigen bis jetzt sehr gut kreuzer tobias lindberg jetzt nach vorne aber verlieren den punkt schon wieder büßing wieder da jetzt max bellessen com ulo ole und da schließen sie es eigentor 3 zu 1 was war das denn ulo ole schönes eigentor schön schnell aus gespielt hier sehen wir es noch mal ciao geht weg und der spieler läuft mit dem puck ins eigene tor das 3-2-1 für die Eispiraten Krimmetschau sowas sieht man auch ganz ganz selten er soll einfach sagen wenn er zum Eispiraten wechseln will ich wollte gerade sagen jetzt kommt die Ansage aber wir verteidigen extrem gut wir machen jetzt nicht den gleichen Fehler und laufen ins eigene Tor Zappenari Eispiraten wechseln Henry Karninen 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 und das nächste Tor Love is love Sigmund mit den 4-1 was ist heute los 4-1 für die Eispiraten Krimmetschau schöne Vorarbeit hier von Henry Karninen Scott Faser versucht es auch nochmal aber Love is love Sigmund haut noch rein 4-1 für die Eispiraten Krimmetschau hat sich das Blatt jetzt gewendet gehen die Eispiraten Krimmetschau jetzt auf Punktejagd gut abgewehrt oh Spieler liegt am Boden steht er wieder auf wir stehen wieder schade es hätte jetzt die ersten 2 Minuten geben können aber die Eispiraten haben sich nicht unterkriegen lassen und haben gesagt los wir prügeln jetzt nein sie haben gesagt nein wir bleiben heute ruhig versuchen keine Strafe rauszukriegen Love is love Sigmund oh da wird uns das Bein gestellt wird aber nicht angezeigt oder wir waren zu blöd zum Laufen man weiß es nicht hier überhaupt mal wurde hier kam nochmal der Jack zur Brügelei jeden Fall weg Alex Jilin bis jetzt extrem gut im Spiel nur einen reingelassen Sören Sturm schade das nächste Spiel wird wieder lustig das nächste Spiel ist ein Sachsen Derby Krimmetschau gegen Dresden Sonntag spielen die Eispiraten Krimmetschau also wenn ihr das hört ist es schon eine Woche rum ui da hat man fast ein seigneter Tor geschossen nach Abwiff wenn ihr das hört ist das Spiel schon vorbei ist es schon eine Woche her weil ich nehme im Voraus auf das ich nehme es gerade in den Tag ich nehme es gerade am 17. auf das heißt in der Woche wo das Kassels Spiel rauskommt ich denke da ein bisschen Vorarbeit muss sein ich bin auch auf die ein oder anderen Kommentare reingegangen ähm besser ich probiere es mal so zu machen dass man nur Highlights sieht und da fällt das 2 zu 4 tak und tschüss gesehen auch schade ja aber wie gerade gesagt probierst einfach mal ähm die Highlights rauszuhauen müssen wir mal gucken aber es kriegt man schon irgendwie spielen ah schade Tobias Lindbergh nicht richtig den Puck gekriegt nicht unnötig Strafen kriegen und da gibt es die ersten 2 Minuten für Dominic Walsh wir wollten uns eigentlich nur im Puck rennen also in dem Puck springen nehmen wir aber leider den ganzen Spieler mit wird das jetzt doch nochmal ein extrem spannendes Spiel wir sind im letzten Drittel noch 15 Minuten zu spielen und es trennen nur 2 Tore jeder der sich gut mit Eishockey auskennt weiß in Eishockey geht das extrem schnell und da ist die Scheibe kaputt gegangen da ist einfach die Scheibe kaputt gegangen seht das hier nochmal wie Scott Fazer unseren Gegner checkt und die Scheibe einfach zerspringt jetzt musste die Scheibe erst mal ausgewechselt werden das finde ich ein richtig geiles Feature im den neuen NHL Teil in dem 24er Teil Oleg ruhig bleiben Henry Caninen äh Fazer Scott Fazer drüben läuft Ferbeck Tor Unterzeit Tor für die Eispiraten wieder Hayden Ferbeck mit den 5 zu 2 es kann nicht wahr sein was ist heute los es läuft einfach prima es läuft einfach ein Unterzahltor für die Eispiraten Griml ciao schön rausgearbeitet aber die Eispiraten machen Unterzahlt immer noch Druck jetzt müssen sie aufpassen dass der Puck nicht reingeht Sören Sturm Smith Smith oh schade aber Oleg wieder am Börg Bamm hier Lavislav Sigmund gut gemacht und jetzt Marius Guide zu wieder Scotty wieder Ferbeck schade und jetzt Colin Smith wird er mal Ole Ole das war Dominic Wors Crack Kreuzer Wors Kro Belles Büssing checkt den Gegner wieder gut nur noch sieben Minuten zu spielen und da kommt der fehlpass der Eispiraten aber kein Gegentor geblockt vermeiden Spieler Belles Büssing wieder geblockt vermeiden Spieler schade schade es läuft heute so gut das heißt wir sind nicht mehr zwölfter wenn wir das Spiel gewinnen schön wieder weg gecheckt Büssing blockt wieder auf Büssing Büssing rennt jetzt vor Büssing wird gecheckt liegt auf der Strafbank der Gegner noch eine Minute zu spielen die Gegner holen gleich den Goalie raus wann holen die Gegner den Goalie raus jetzt der Konter Lavislav Sigmund und jetzt es ist zu spät für den Goalie das heißt die Eispiraten Grimmel Gewinn jetzt gibt es nochmal Strafe für Scott Faser wenn ich richtig gesehen hab ne Sören Sturm aber die Eispiraten Grimmel Gewinn dieses Spiel mit 5 zu 2 damit hat eigentlich keiner gerechnet glaube ich 5 zu 2 für die Eispiraten Grimmel unser bis jetzt höchster Sieg und darin wollen wir eigentlich anknüpfen das heißt wir dürften jetzt öfter sein sogar neunter vor den Dresdner Eislöwen und das nächste Spiel heißt Grimmel gegen Dresdner Eislöwen da sind wir mal gespannt und gucken mal wie das nächste Spiel wird ich hoffe euch hat das Video gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder und da probiere ich einfach mal die Highlights aus oder probiere einfach die Highlights zusammenzuschneiden das Video kommt noch nochmal das nächste probiere ich mal mit Highlights ob ich es hinkriege wenn ich es nicht hinkriege tut mir leid ähm und ja da wünsche ich euch noch viel Spaß ich hoffe ihr seid öfters mit dabei lasst ein Abo teilt das Video mit euren Freunden und ja bis zum nächsten Mal schreibt unten die Kommentare wie euch das Video gefallen hat und wenn ihr irgendwelche Vorschläge seht oder habt und schreibt unten die Kommentare wenn ihr sagt ey Tobi hol mal zu den Eispiraten Krimmage keine Ahnung ähm kreisen oder sonst wen würde ich mich mega freuen und ja tschüss und tschau bis zum nächsten Mal Krimmage